Moin die Toys und willkommen zu diesem kleinen Animal Crossing Video. Ja, ihr fragt mich die letzten Tage sehr oft, Pius, wie kann man diese Wege hier freischalten, Pius? Und ja, darüber reden wir im heutigen Video. Ja, was ihr dafür tun müsst, das erkläre ich euch jetzt, aber erstmal sage ich euch, wie man die Wege denn überplatzieren kann. Dafür braucht ihr diese App hier, die Insel Designer App. Wenn ihr da draufklicken tut, dann holt ihr sich eine Baulizenz und fragt erstmal, was wir machen wollen. Bauarbeiten beginnen, genau. Und mit dieser App können wir Wege bauen, abreißen und sowie die Höhen und Flüsse bearbeiten. Das geht durch das Plus. So sieht das Ganze aus. Man hat die Wahl zwischen verschiedenen Wegen, die man durch Nook-Meilen am Nook-Portal kaufen kann. Sowie die Plateau-Lizenz und die Gewässer-Lizenz, wo man halt das Wasser und die Höhen bearbeiten kann. Ja, aber wie schaltet man das Ganze frei? Es ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Eure Insel braucht eine Drei-Sterne-Bewertung. Und wie das geht, ja, das erkläre ich euch jetzt ganz kurz. Und zwar, ihr könnt bei Melinda jeden Tag einmal nachfragen, wie euer aktuelles Insel-Image ist. Dazu gehen wir natürlich, ne, wer hat's gedacht? Zu Melinda. Hallo Melinda. Moin. Die putzt gerade ein bisschen. Okay, hi. Bei ihr gehen wir dann auf das Insel-Image, ja. So, meine Insel hat aktuell eine Drei-Sterne-Bewertung. Bei euch sollten da jetzt zwei Sterne stehen. Für drei Sterne brauchen wir neun Bewohner und wir müssen die Insel schön dekorieren. Heißt, viele Blumen pflanzen, viele Bäume pflanzen und die Insel schön dekorieren mit Items aus dem Nook-Portal. Das kann zum Beispiel eine Straßenlaterne sein und auch ein Springbrunnen. Bei Melinda bekommen wir auch noch kleine Infos, woran das liegen könnte, dass wir nur zwei Sterne haben in eurem Fall jetzt. Und ja, meistens werden die da sagen, dass einfach noch zu wenig Leute auf der Insel sind. Es ist einfach noch zu wenig los. Heißt, neun Bewohner, Bäume pflanzen, Blumen pflanzen und schöne Items nach draußen stellen. Auch bei mir sagt sie noch, wir können noch ein bisschen mehr dekorieren. Ja, klar. Ich habe auch noch sehr viel Platz auf meiner Insel für schöne Items. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann man denn weitere Bewohner einladen? Ja, das könnt ihr zum einen über die einsame Insel, dafür müsst ihr beim Nook-Portal ein Meilen-Ticket kaufen durch Nook-Meilen oder ihr ladet einen Camper auf euren Campingplatz ein, wenn ihr den gebaut habt. Dafür braucht ihr aber Amiibo-Karten. Heißt, für die meisten kommen also nur die einsame Inseln in Frage. Habt ihr jedoch eine Amiibo-Karte, könnt ihr sie hier einscannen und dann euren Bewohner auf die Insel einladen. Ihr müsst ihn jedoch dreimal einladen, damit er beim dritten Mal so viel Lust auf eure Insel hat, dass er endlich hier einziehen möchte. Ihr müsst ihn auch jedes Mal etwas craften. Bis euer gewünschter Bewohner jedoch auf die Insel zieht, dauert es beim Campingplatz vier Tage mindestens, wenn ihr nicht Timeskippen tut. Ihr müsst ihn dreimal einladen und dann dauert es nochmal einen Tag, bis sein Haus gebaut ist. Damit sein Haus, by the way, gebaut werden kann, braucht ihr auch Platz auf der Insel. Bei Nook könnt ihr euch einen Platz reservieren, damit euer Bewohner aus der einsamen Insel oder vom Campingplatz überhaupt einziehen kann. So, klickt jetzt hier drauf und dann müsst ihr bei euch Grundstück reservieren stehen. Das gibt es bei mir jetzt nicht, weil ich schon genug Bewohner habe und ich keine weiteren mehr einladen kann. Ja, und das war im Grunde alles, was ihr wissen müsst. Ich hoffe, mein Video hat euch geholfen und gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und über ein Abo, falls ihr mehr zu Animal Crossing Horizons sehen wollt und allgemein zu Nintendo. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Toads.